so ein richtigen guten morgen die farben der fahne kennt ihr alle warum steht sie so rum und warum steht sie so rum hat ja mit dem hamburger fest zu tun könnt ihr einfach nachgoogeln oder wie auch wer da nun verantwortlich ist ihr habt dann noch die dokumentation dazu was das bedeutend tut jeweils die einzelne farbe für die farbe steht und das sind wir hier da die umsetzung des gg146 nicht passiert ist wir von der besatzungsmacht gg133 verwaltet werden die besatzungsmacht ist die bundesrepublik die verwaltung und damit können sie mit uns machen was ihr wollt also guckt mal rein im hamburger fest so nun kommen wir noch zu einem anderen ding wo ich mal darüber informieren wollte die eure kinder und so weiter und ihr auch selber schon vergiftet werdet aber gar nicht kennt der jener er nimmt es noch es gibt auch plasterbomben ja ich rolle das kurz mal durch für euch den link werde ich dazu natürlich reinsetzen wo ihr selber nach oben könnt den original link da könnt ihr einfach weiter weiter nachschlagen es gibt genügend informationen also ich hier noch einmal gar noch rein machen lässt der kann sich sein grab schon selber graben gut das hätten wir großen ganzen ich hatte jetzt auch das letzte mal noch eingesetzt kriegsgefangenen geld besser als das kriegsgefangene besoldung könnt ihr euch auch informieren dann liegen um die 1800 euro die die wirtschaftsmacht euch bezahlen muss die anleitung wird der gute herr euch dann auch sagen und die wirtschaftsmacht ist ja die bundesrepublik also müsse sie euch 1800 euro mindestens überweisen überweisen bildet euch selber und bildet euch selber eure meinung schöne grüße von preisenberger tschottss